Willkommen bei Antalya Homes. Wir sind die Traumhaus-Profis. Wir machen jeden Tag Dutzende von Transaktionen. Täglicher Besuch vieler Bauprojekte, um Websites und Preise auf dem neuesten Stand zu halten. Täglich mehr als 20 neue Eigentumseinheiten aus verschiedenen Regionen der Türkei. Antalya Homes bietet Dienstleistungen in mehr als 20 Sprachen. Mehr als 100 Anfragen täglich werden von unseren Agenten innerhalb von vier Arbeitsstunden beantwortet. Unsere Agenten beginnen die Besichtigungstour mit dem Abholen von ihrem Hotel oder Wohnort und fahren mit ihnen zum Büro für die Projektpräsentation. Im Büro präsentieren wir ihnen eine für sie vorbereitete Auswahlliste, damit unsere Agenten entsprechend ihrer Präferenzen besser beraten können. Gemeinsam mit den Agenten fahren die Kunden zur Besichtigung der Immobilien, um alle Details vor Ort zu sehen und die Wohnatmosphäre zu spüren. Unterwegs entdecken sie die meistbesuchten Standorte für Auslandsimmobilien. Mit seiner Kultur, seinem Lebensstil, seiner Natur und mehr als 300 Sonnentagen im Jahr. Bei diesen Besichtigungstouren achten wir darauf, dass jedes Detail ihrer Wunschliste entspricht für ihre Traumimmobilien. Sobald die Kunden mit ihrer Entscheidung zufrieden sind, fahren wir mit der Vertragsunterzeichnung in der bevorzugten Sprache fort, um den Kaufvorgang abzuschließen und begleiten sie, um die Steuernummer zu erhalten und ein Bankkonto zu eröffnen. Wir bieten professionelle Unterstützung bei der Beantragung der Staatsbürgerschaft und der Aufenthaltsgenehmigung in allen Phasen. Wir helfen jeden Monat Dutzenden von Menschen, ihren Reisepass zu bekommen. Seit der Gründung haben wir tausende von Eigentumsurkunden ohne jeden Fehler ausgestellt. Täglich kümmern wir uns um Dutzende von Dienstleistungen nach dem Verkauf, wie zum Beispiel Versorgungsabonnements, Anweisungen zum Online-Banking, Auswahl der Möbel. Alles bis zum Ergebnis 100% Zufriedenheit. Jedes Mitglied unseres Teams ist unbezahlbar und zusammen sind wir ein erfolgreiches Unternehmen. Wir begleiten den Käufer während der gesamten Reise von der Wahl seines Traumhauses bis zur Unterzeichnung der Eigentumsurkunden und der Eigenwohnung. Wir arbeiten seit 2004 für 100% Zufriedenheit.